Mein Name ist Martina Stamm. Ich komme aus Bensheim an der Bergstraße, das ist in Deutschland. Und ich bin durch meine Freundin Tanja zu dieser Tätigkeit gekommen. Die ist Vorsitzende der Deutschen Organisation für Mosaikkunst. Und das Projekt ist ganz ganz toll. Also die Zusammenarbeit hier von so vielen Mosaikisten ist einfach nur grandios. Und ich bin froh, dass ich hier teilhaben darf. Grazie.